Wo kommt denn der verdammte kleine Bruder wieder? Wiss ich nicht. Der ist mit den 10 Bolivianus abgehakt. Mein Cambio. Ja, aber heute, wenn wir mit dem Bus fahren sollen, lass mir Fahrrad irgendwo fahren. Hör auf jetzt ein Video zu machen, wenn du schaust. Das Fahrrad ist zwei Minuten. Film lieber den Dreck unter deinen Fingern. Okay. Widerlich. Und jetzt film dein Gesicht, damit die Leute wissen, wie du bist. Willst du mich demütigen? Guck dir doch mal deine Finger nicht an. Hör auf jetzt ein Video.